Es tut mir echt leid, dass ich so busy und so zickig bin. Diesem armen, irischen Waisenkind haben wir den Flug gezeigt. Er war bis vor kurzem Straßenkünstler in Dublin. Ich male nur Frauen, die mir etwas bedeuten. Oh Mann. Du bist ihr Ehemann? Ja, hi, ich bin Owen Shaw. Sie ist mega kritisch, was? Das finde ich geil. Ich wollte schon immer Weihnachten nach Paris. Ich kann nicht mal an Urlaub denken. Die Galerie eröffnet am Freitag. Ich habe einen Kunden, der in Paris ist. Wenn das wahr ist, dann ist das eine Riesenchance. Du sagst mir, du fliegst nach Paris mit Ansgar? Und zwar morgen? Nachdem du mir gesagt hast, wir können Samstag nicht fliegen? Ich weiß, aber es ist geschäftlich. Ich weiß, wer Sie sind. Ich habe einen Fanclub. Warten Sie, Sie können nicht gehen. Die ganze Zeit muss ich an dich denken. Ich habe einen Fehler gemacht. Ist das das Mädchen aus der Bar? Diese Frau, kennst du sie? Er benimmt sich komisch. Du hast keine Ahnung von der ganzen Geschichte hier. Ich will, dass du mir jetzt sagst, ob noch mehr passiert ist. Hast du mich betrogen? Und wenn es so wäre? Sag einfach, was du zu sagen hast! Ich hatte in meinem Leben nie was getan, das nicht um dich ging. Ich hatte in meinem Leben nieum. Ich hatte währenddosen Will pigst, konservec다는 Pisze. Das habe ich in meinem Leben nicht gedacht. verstehen, ich konnte bisher nicht vergessen. November TV 0 0 0 0